Hi, hi. Nachdem wir jetzt mit irgendwie 500 Follow-Bots gebotet worden sind, starten wir jetzt mit unserem Podcast. Herzlich willkommen zu Episode 64 von unserem Gaming-News-Podcast mit Nico und mit mir, der Steffi. Buff, Grid, Loot! Wir haben wieder spannende Themen für euch. Im Buff erzählen wir uns, vor allem euch, einerseits, wie wir bei Nintendo eingeladen waren und dort haben wir für Super Mario Bros. Wunder anspielen, vor allen anderen. Und dann sind wir aber natürlich auch noch an der Zürich PopCon, die am Wochenende stattgefunden hat. Dort haben wir einen spannenden Vortrag zum neuen Jugendschutzgesetz gelassen und ich durfte die Prints of Persia-Demo anspielen. Und Nico erzählt euch ein bisschen etwas zu EA Sports FC24. Dazu gibt es auch noch die erste Kritik. Im Grid haben wir zwei Leaks und so. Einerseits hat Microsoft versehentlich selber eigene, keine Dokumente zur Xbox geleakt. Das ist das erste Thema, zum Blick uns zu heute ist die GTA 6. Es gibt ein Datum für einen erstoffiziellen Trailer. Und lasbaut und lies haben wir natürlich, as usual, noch ein bisschen Laute. Yes, und das klingt doch mega nice. Merci vielmals für das coole Intro, Steffi. Sehr gerne. Ich glaube, du hast auch, so wie ich, letzte Woche bei Nintendo sehr viel Spass gehabt, als wir das Game haben durften anspielen. Enorm. Ich hatte tatsächlich einen sehr warmen Empfang von Nintendo. Man muss hier auch noch sagen, wirklich, ich habe Freude gehabt, weil wir haben vorhin noch darüber geredet, ob der dort etwas zu essen wird sein. Wir sind um 12 Uhr dort eingeladen gewesen und Steffi hat noch gefragt, ah, schwierig, schwierig, kauf mir noch ein Sandwich. Und ich habe natürlich wie immer über Steffi gehört. Und dann sind wir dort angekommen und es hat tatsächlich mega viel Essen gehabt. Ja, es steht nicht nur der Lautebrotli, sondern Obst und noch Kipfeli. Richtiges Buffet. Es war wirklich nice, wir sind dort empfangen worden von unserer Kollegin von Nintendo. Und wir durften dort herrsitzen und es war schon alles eingerichtet. Und ihr könnt euch das Office von Nintendo so cool vorstellen, weil es hat überall so coole Nintendo-Figuren. Es ist wirklich Kindheitstron. Du kannst es einfach so rein und es ist so. Ja, es ist so wie wirklich als wir kommen in ein Kinderzimmer, wo einfach mal alles von Nintendo bekommen hat. Like ever. Einfach überall. Alles steht. Es ist wirklich sehr schön. Wir sind dort herrschockt und das Game ist schon da gewesen. Wir haben nur Teile vom Game gespielt, weil zu diesem Zeitpunkt hat man sehr viel auch noch nicht zeigen dürfen. Gell Steffi? Natürlich, es ist ja noch nicht draussen. Es kommt erst am 20. Oktober. Genau, genau. Darum ist auch hier schwierig, was wir jetzt alles darüber werden sagen müssen. Also das Einzige, was ich jetzt, ich bleibe ein bisschen allgemein, was ich sicher kann sagen, ist, es ist wunderbar, also wunderbar freaky. Es ist mega. man merkt, dass die Entwickler dort haben dürfen gross auffahren mit crazy Ideen und die Umsetzung ist wirklich so ein bisschen, man hat sich schon ein bisschen gefragt, okay, was ist konsumiert worden, als man das Spiel entwickelt hat, wo es jetzt wirklich teilweise ein Level hatte, wo man muss sagen, okay, das ist jetzt für ein Mario-Spiel schon sehr crazy. Also, ihr kennt zum Beispiel die, 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 die Röhren, wo man durchschlüpft, auch bei dem Mario-Spiel, die von der zum Beispiel einfach 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 sich bewegen, wie Rolpern oder einfach einfach auch so schlängeln und andere Sachen vom Terrain verändern sich ganz komisch. Man kann zu einem Elefant werden. Das ist sehr lustig. Man hat ganz verschiedene Arten, wie man sich fortbewegen kann. Es gibt auch wieder verschiedene Charaktere, wo man kann spielen und die sind auch mega cool. Zudem hat man in jedem Level so einen, wie heisst die? Wundersamen, gell, Steffen? Wundersamen. Darum ist ja auch Wonder, oder? Super Mario Bros. Wonder. Wo man kann sammeln und wenn man den Wundersamen sammelt, dann wird die ganze Welt einfach so in den Fiebertraum hineingehüllt und man muss den Wundersamen jagen und einfahren. Also, selber fällen es. Ja, wirklich. Also, es hat wirklich teilweise so Parts drinnen, wo man denkt so, yes, okay, let's go. Und nein, sehr viel Spass gehabt. Sehr. Man kann es zu viert spielen, das heisst, wenn ihr drei Kollegen habt, die Bock haben, das mit euch zu spielen, unbedingt das Game euch holen, sobald es draussen ist. dass sie vor allem an dieser Stelle vielleicht noch viel cooler finden, als dass man es einfach zu viert spielen kann. Also ja, es ist Couchcorp, aber, was sie vor allem nice finden, ist, dass man wirklich eigentlich zwischen den Levels, immer hin und her switchen kann, wie viele Personen man spielen kann. Also man kann mit zwei starten, man kann sagen, okay, dann kommt jemand dazu, dritte, dann kommt nochmal vier, dann geht es wieder zu, dann ist man wieder nochmal das zweite, dann kann man allein weitermachen, man kann zwischen den einzelnen Levels einfach hin und her switchen und das ist echt, echt cool. Ja, genau, auf jeden Fall. Also man kann eben hin und her switchen, man kann sich ausloggen, einloggen, man kann dazu joinen, man kann weg joinen, man kann sagen, hey, jetzt gehe ich mal, keine Ahnung, ich habe noch etwas wieder abgemacht, aber machen wir weiter, du kannst einfach aus dem Team raus und die können ohne dich weitermachen oder du kommst irgendwie von, keine Ahnung, vom Bugle hin und deine Wegekollegen sind schon am gamen und du sagst, oh shit, kann ich joinen, nimmst du die Controller, gehst einfach rein, es ist mega cool, dass es so, wirklich so dynamisch ist und die Levels sind so verschieden, sie sind wirklich sehr verschieden, es hat sehr, sehr, auch verschiedene Verstecke und Geheimnisse drin, wo man muss wissen, wie man zum Beispiel gewisse Münzen holt oder andere Power-Ups bekommt und das ist wirklich sehr cool, eben, da spielen sicher auch die neuen Formen, wie eben den Elefanten rein und was man so schon noch so einsammeln kann, da kann man wirklich sehr viel davon auch erwarten und ich und Steffi haben sehr viel Spass gehabt, wir haben notabene eigentlich noch viel mehr wollen spielen, aber dann hat eben nicht mehr dürfen gesagt, hey, mehr dürfen wir euch wirklich nicht zeigen, also wir wären dort auch noch viel länger geblieben und hat das ganze Game richtig durchgezockt, aber das war halt nicht möglich, das heisst, wir sind dort 2-2 Stunden abgekockt und dann haben wir müssen gehen, abkockt, vor allem, als wäre es ein Zwang, nein, es ist sehr, sehr, sehr amüsant, was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, von den Charakteren her, es gibt verschiedene Charakteren, klar, es gibt die klassischen, Mario, Luigi, Peach, Daisy und die verschiedenen Toads und Toadette und was es aber auch noch gibt, ist auch Unterschiede bezüglich der Stärchen und Schwächinnen von den einzelnen Charakteren, zum Beispiel die Yoshis, also es hat jede Farbe Yoshi, also was ist das, grün, rot, gelb, blau, es gibt, ja genau, grüne, rot, gelbe, haublaue Yoshi, haublaue Yoshi, und den Mopsy gibt es ja auch noch, also der, der, der Zeug klaut, der ist so ärzt, genau, der Mopsy, ich finde das so cute, nein, der Nabbit, meinst du, nein, der Mopsy, auf Deutsch heißt der Mopsy, sorry, auf Englisch ist der Nabbit, aber auf Deutsch ist der Mopsy, genau, ja, weil er Mops darum Sachen, weisst du, aber die nehmen keinen Schaden, aber sie können auch keine Power-Ups verwenden, also das ist ein bisschen das Plus, also das ist der Für und der Gegen, ob man diese Charaktere spielen will oder nicht, aber er hat durchaus seine Gründe. Yes, genau, auf jeden Fall, und es ist auch, also, sorry Steffi, ich muss das gleich wieder übernehmen, aber es hat auch gewisse Sachen, die komplett neu sind, man kann zum Beispiel das Power-Up für das ganze Team wählen, jedes Level, die schaltet man auch frei, während gewissen Levels kann man die neuen Power-Ups freischalten, also es gibt so wie, man hat zum Beispiel einen Wall-Jump oder einen Double-Jump, oder man kann in einem Wasserlevel wie ein Delfin schwimmen, ähm, es ist mega auch strategisch ausgelegt und man muss dann im Team entscheiden, was man nimmt, also das heisst, Steffi, wir haben ja gelernt, eigentlich entscheidet nur der mit dem Kröndli, genau, und das Kröndli hat den, welches das Level am höchsten abgeschlossen ist, und zwar nicht mit den höchsten Punkten, sondern wer am Schluss am höchsten an das Fähnli, ein Fähnli-Mastkumpen, der kommt dann das Kröndli, und der darf alles bestimmen, und da haben wir schon gedacht, das wird ja so bei vielen Leuten auch für Diskussionen sorgen, ähm, und der gleiche Kärderei, aber genau das soll es ja sein, das ist ja das, wo, äh, die Mehrspieler, äh, die Mehrspieler Spass mit sich bringt, also, das wird sehr, sehr ein lustiges Game für meine Freunde. Es ist fantastisch, und selbstverständlich haben wir es auch bei uns im Shop, und ich habe es schon vor Ort bestellt, ähm, weil, äh, sobald ich dann mein neues WG-Leben rein starte, dann muss ich genau so ein Game haben. Ja, das kann zu lustigen Momente führen, denke ich mal. Genau. Oh, unbedingt. Ja, nein, ich freue mich auch extrem, ähm, ich bin tatsächlich auch schon in Kontakt mit der PR-Agentur, ähm, und sie haben mich auch schon mal vorgemerkt für einen Key, das heisst, ich werde es dann auch anspielen im Stream, was natürlich ist, äh, klar, ich bin natürlich, äh, allein unterwegs, äh, aber zum Anspielen ist es besser als gar nichts, um zu zeigen, was es alles gibt und so. Klar ist es natürlich, ähm, mit, ähm, mit Kollegen lustiger, das ist immer so, aber mal zum zeigen, was alles, äh, äh, drinnen machbar ist, und was man alles machen kann, ist das, denke ich mal, auch okay, dass man einfach mal, ja, mit einer Person ein bisschen durchschaut. Ja, auf jeden Fall. Also, ich denke, einfach so, um die gewissen, kleinen Sachen zu zeigen, reicht es sicher, aber ja, spielt das Game sicher mit Kollegen, weil für das ist es gemacht. Vom, ja, ich freue mich sehr drauf, muss ich also wirklich sagen, also einfach schon zu anspielen, ist ja wirklich sehr, sehr witzig gewesen, ähm, und es wird, ähm, mit Kollegen zusammen, also sorry, Nico, nein, ne, je mehr mehr ist das so lustiger, der Mordomarier, also von dem her, genau, genau, also wir hatten so immer sehr viel Spaß, als wir uns zwei Tage, beide sehr unfähig unterwegs waren, es gibt da, glaube ich, aber auch noch Video-Footage davon, vielleicht sehen wir das irgendwie, vielleicht schaffen wir es irgendwann mal, das noch online zu stellen, ja, genau. Genau, genau. Und was ich auch noch habe anspielen, tatsächlich, das war aber an der Zürich PopCon, ähm, dort hat es eine Demo gegeben von Prince of Persia, und da habe ich natürlich wieder sehr, sehr freut gehabt, wo ja, ihr wisst, äh, Prince of Persia, für alle, was es noch nicht mitbekommen hat, ihr dürft gerne die letzte Episode anlosen, dort, ähm, du nicht erst mal sehr ausgiebig über das neue, angekündigte Prince of Persia schwärmen, das kommt leider erst im Januar, aber ich konnte die Demo anspielen und die hat schon mal sehr, sehr Spass gemacht, und es hat ein paar coole Elemente, vor allem mit dieser Zeit, und, äh, ja, wird spannend. Was kann man denn mit der Zeit, Steffi? Was kann man mit der Zeit machen? Ja, es hat, also ich weiß nicht, ob es in jedem ist, aber es hat in den Levels, im Demo-Level, wo wir gespielt haben, hat es ein Element gehabt, das du musst aktivieren, oder es hat wie die Gesamtzeit vom Level zurückgetragen. Sehr spannendes Feature. Okay, okay, ja, ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das ist im alten, also ich meine, ich habe mir erinnert, da habe ich auch ein Bild gehabt, auf dem Gameboy Knowing Days, ähm, der konnte schon mit der Zeit arbeiten, das stimmt, das stimmt. Das ist ein cooles Element. Ja, voll. Das ist ein Fakt. Aber eben, ja, ich soll mich schnell wieder reinwerfen, weil, eben, falls es sich mehr interessiert, wirklich schnell, also schnell, geht die letzten Episoden anhören, dann habe ich Ausgebung von dem Game erzählt, und, ja, am 18. Januar kommt es raus und dann werde ich das definitiv streamen. Also, ja, das ist schon vorprogrammiert, ähm, das wird dann gestreamt. Und, wenn ich es recht, also, ich will nicht versprechen, aber, wenn alles klappt, dann gibt es auch zu einem oder anderen Game, wo wir dann verlassen dürfen. Hehehe. Nice. Und, weisst du, so nice ist? Was? Was mega wichtig ist, nicht nur nice. Ja, ich weiss es. Ich weiss es. Ja. Das ist der Jugendschutz. Das neue Jugendschutzgesetz. So ein sexy Thema. Das neue Jugendschutzgesetz. Das ist mega wichtig. Also, es klingt jetzt blöd, aber, ähm, es ist tatsächlich wichtig. Mhm. Und zwar, äh, wir waren dort an einem Panel gewesen, Zürich Popcorn. Das war der Grund, wieso es mir ging. Genau. Eigentlich. Ich bin eingeladen worden. Ähm, noch einmal danke vielmals für die Einladung als Zürich Popcorn-Team. Ähm, wir durften dort an einem Panel teilnehmen, wo über das neue Jugendschutzgesetz ist geredet worden und wie das Ganze mit Jugendschutz gehandhabt wird in Videogame-Welt. Ähm, ist natürlich auch immer spannend, dort eine offene Diskussion zuzuhören. Ähm, ist auch immer spannend, ähm, mit anderen Leuten, wie zum Beispiel dir, Steffi, über das Thema zu reden. Weil, ähm, man hat sehr spannende Diskussionen, man sieht nachher auch, es sind immer alle der gleichen Meinung. Wir haben an diesem Panel zum Beispiel herausgefunden, dass in Deutschland, ich glaube, es war auch ein Gast aus Deutschland eingeladen, in Deutschland hat, ähm, hat man so eine Studie gemacht, Statistik aufgestellt, wie viele Eltern wirklich den Jugendschutz auf ihren Konsolen, ähm, äh, aktiviert haben für ihre Kinder und sie tatsächlich, Steffi, wenn ich lügen, aber sie glaube, unter 10 Prozent waren, oder? Es sind 9 Prozent, ja. 9 Prozent, ja, genau. Ja, nur gerade mal 9 Prozent von den Eltern in Deutschland, also ich weiss nicht, ob es, ähm, ob die Schweiz dort auch drin ist oder ob es wirklich nur Deutschland ist, aber gerade mal 9 Prozent von den Eltern aktivieren die nötigen Sicherheitseinstellungen auf ihren Geräten, also PC-Konsolen und so weiter und damit ist halt auch gemeint, zum Beispiel, Zugriff auf Kreditkarten via Paypal zum Beispiel, oder? die Sicherheitseinstellungen, es gibt sie, aber nur 9 Prozent von den Eltern machen sie effektiv und auch da, es ist ganz witzig, auch vor, ich habe heute Morgen noch kurz mit meiner Chefin über das Thema gesprochen und sie hat auch gesagt, es ist so traurig, immer wie mehr Eltern geben auch dort die Verantwortung ab, weil sie, also auch an den Schulen, weil sie der Meinung sind, äh, das müssen die Lehrer machen oder das müssen die Kinder gärtner machen oder so, das mache ich ja nicht, die Kinder gehen ja in die Schule, um etwas zu lernen, aber nein, Leute, das ist im Fall bei den Eltern, also, ich würde wirklich sagen, schaut zu Hause nochmal, überprüft zu Hause nochmal, sprecht eure Kollegen, die Kinder haben, ob sie die Einstellungen gemacht haben, ob sie schauen, ob sie sie aufklären vor allem, und das ist auch etwas, wo sie beim Panel ja auch darüber geredet haben, das einfach nur zu verbieten, bringt nichts, das weisst du, das weiss ich, jeder, der etwas verboten bekommen hat in der Jugend, weiss, dass da der Reiz umso grösser ist, um dann doch etwas zu machen, oder, und, darum ist es, meiner Meinung nach, das habe ich eigentlich ein bisschen schade gefunden, tatsächlich, klar, jetzt ist das neue Gesetz da, also, es ist jetzt verabschied, es wird jetzt umgesetzt, es wird irgendwie, also, es wird strenger überprüft, gerade bei den Messen und so weiter, wird es sehr, sehr relevant sein, natürlich auch, im Einkaufen, also, im Kaufen, im Shopping, wird noch mehr überprüft, ob man genug alt ist, dass man das Game wirklich auch kaufen darf. Was ich aber schade gefunden habe, ist, dass niener wirklich diskutiert wird, aber ich weiss natürlich nicht, ob das vielleicht erst noch kommt, was für Massnahmen das man jetzt angehen möchte. Das ist das, was ich am wichtigsten finde. Jeder kann das Gesetz verabschieden, ja, wow, cool, aber was für Massnahmen passieren jetzt? Also, geht man an die Schule, also, geht man an die Eltern, an älteren Äbungen, tut man die Eltern aufklären, sucht man das Gespräch mit ihnen aktiv. Und dann, wie macht man das? Zuerst einmal müssen ja die Eltern, also das Kind, also erstens mal, verbieten bringt nichts. Kinder aufklären, bringt nur bedingt etwas. Wer muss, aufklären, sind Eltern. Und die haben die Verantwortung, also, die haben die Verantwortung, was das Kind am PC macht, oder an der Konsole, ob es Zugriff auf die Kreditkarte hat, oder nicht, ob es, ja, welches Spiel, das es bekommt. und, ähm, dort ist, miteinander in Diskurs gehen, also miteinander reden, mit den Kindern reden, sie aufklären, das Zeug mit ihnen anzuschauen und machen und auch mit ihnen vielleicht spielen oder sie bewusst daran hinzuführen, bringt einfach tausend, tausend, tausend Mal mehr, als einfach sagen, nein, du darfst nicht. Oder es ist natürlich einfach zu ignorieren, das bringt noch weniger. Nein, also, eben, dort ist aber auch, dort muss natürlich auch jeder, jeder Eltern teil, und auch jeder, also einfach jeder Erziehungsberechtigteil muss, auch wenn man jetzt nichts mit Gaming am Hut hat und gesagt hat, ja, aber, also, mich hat es nie interessiert, wieso ich mich mit dem, wieso sollte ich mich mit dem auseinandersetzen? Es ist wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Es ist wichtig, dass man sich informiert, welches Game spielt mein Kind oder was, kommt mein Kind vorgesetzt. Ja, also, es geht um das neue Jugendschutzgesetz, es geht um Filme und Videospiele, also nicht nur Gaming, sondern auch Filme, sind davon betroffen, aber es fährt ja eigentlich schon beim Internet an, oder, also, wo darf ich überall her, was, welche Seiten darf ich besuchen? Ich meine, ja, das naheliegendste Beispiel, jetzt für uns im Moment gerade Twitch, wenn man schaut, was es da mittlerweile für Kategorien gibt und was du dort alles siehst in den einzelnen Kategorien und du musst nirgends beweisen, dass du 18 Jahre alt bist, absolut gar nirgends. Das stimmt. Also, ich als Mami habe Probleme damit, muss ich wirklich sagen. Wenn ich ein Kind habe, also ein Junge, der irgendwie 8, 9, 10, 12, ich habe verdammt mit. Ja, und du bist auch so machtlos, also weißt, ich meine, du kannst dir schon die Einstellungen für Jugendschutz und so, kannst du dir zulegen, die sind okay, aber wir wussten es beide, als wir jungen waren, wir haben immer, oder ich, ich habe immer einen Weg around gefunden, um das Spielen zu machen. Schliess nicht von dir auf mich, Nico, bitte, ja, Entschuldigung, sorry, ich bin da vielleicht mehr Bad Boy gewesen, aber ich habe immer einen Weg gefunden, um das Kommenzieren, den ich nicht hätte dürfen oder das Spielen, den ich nicht hätte dürfen, weil das hat die grösste Reize gehabt. Absolut. Aber dort ist der Punkt, verbieten, etwas zu schauen oder etwas zu spielen, ist, glaube ich, der falsche Weg. Ich glaube, zuerst darüber reden. Aber ich finde auch wirklich, mhm. Und ja. Also in erster Linie, natürlich, die Unternehmen müssen natürlich machen, was sie ihrer Macht steht. Natürlich. Die Zität ist Verantwortung, sie dürfen keine Produkte, also Filme, Games und so weiter, verkaufen, am Minderjährigen, wenn es ab 18 ist. Das ist ganz klar, das muss fix safe sein. Das ist natürlich die Verantwortung der Unternehmen. Aber alles andere, was aus dem herausgeht, kann ja Unternehmen gar nicht mehr lenken. Da können sie ja gar keinen Einfluss drauf. Und dort ist es wirklich wichtig, dass einfach die Aufklärung irgendwie stattfindet. Ich hoffe, da passiert noch etwas, wo in meinen Augen steht, einfach noch nichts wirklich rum. Also weder an der Schule noch sonst irgendwo. Man findet einfach zu wenig. Das ist schon ein schwieriges Thema. Man macht jetzt super viel Anti-Werbung, ja, pass auf, wenn ihr, also es ist auch, es ist auch ein wichtiges Thema, ja, pass auf, wenn ihr Fotos euren Kindern ins Internet stellen, es gibt mittlerweile sehr viele KI-Tools, die das abusen, missbrauchen und so weiter. Weißt du, da passiert jetzt so etwas, aber also um die Leute aufzuklären, also es ist nicht wirklich das aufklären, sonst ist es Angst machen. Das finde ich eigentlich auch nicht unbedingt cool, oder? Ich finde eben so wichtig, das das Aufklären, nicht einfach das Angst machen und genau das Gleiche mit Ah, Killerspiel, sei böse, weißt du? Statt, dass man aufklärt, was es ist und man mit den Eltern schaut, was man machen kann, wie man es angehen, was im gesunden Rahmen ist, oder? Weißt du, was ich meine? Das ist, mir fehlt einfach, bis jetzt besteht eine Theorie, aber Praxis ist eigentlich noch so ein bisschen, ja. We will see. Es fängt bei mir schon mit den Bezeichnungen, Killerspiele, das ist so, das ist einfach eine Bezeichnung von jemandem, der keine Ahnung hat. Ja, logisch, aber das ist ja das, was ich meine. Die Leute, die sagen, Killerspiele und keine Ahnung haben, die sind ja nie aufgeklärt worden, weißt du, was ich meine? Und dann fährt es ja an, das ist ja genau der Punkt. Und, ja, darum, es ist es, also klar, du wirst es immer haben, die Thematik wird immer da sein, die wirst du nicht einfach schnell los. Du kannst auch nicht einfach schnell, du kannst auch nicht einfach schnell, mit einer Stunde, Info anlassen, am Abend an einer Schule, wie für die Eltern oder so, den Eltern erklären, warum das gewisse Spiel nicht so schlimm ist, wie sie meinen. aber, also das wird mir der Meinung nach nichts an ihrer Einstellung ändern. Aber, einfach, ja, die Eltern halt mehr an die Hand nehmen, ihnen mehr Möglichkeiten geben, ja, wie sie sich längerfristig aufklären können, eine Anlaufstelle bieten, so, hey, ähm, also, wo irgendwie jederzeit irgendwie zugänglich ist, hey, I have, I have problems, also irgendwie, ich komme nicht ganz draus, was ist das, warum, oder der ganze Hype um Fortnite letztendlich, ich meine, Fortnite ist nicht das Spiel, das ab 18 Uhr ist, oder? stimmt. Und so viele Eltern sind überfordert, weil sie keine Ahnung hätten gehabt, was sie damit soll anfangen, oder? Und dann haben sie halt diese Kinder einfach verboten, und andere Kinder hatten Zugang auf Kreditkarten und haben den Eltern das Konto leergeräumt, weisst, also so Zeugs. Nein, das muss Aufklärung werden und das ist leider noch zu wenig vorhanden. Genau. Und was auch noch problematisch ist, ist halt, also, gerade wenn es um Online-Handel geht, also da, wo natürlich wir auch drin sind, das ist mit dem neuen DSVGO-Gesetz auch problematisch. Datenschutz. Du musst, also, es ist so, wir müssen irgendeine Lösung finden, natürlich, wo man, wo man das legitim das Alter überprüfen kann. Ist man schon vorjährig? Ja, nein. Aber so, dass man das neue, ab 2014 geltende Datenschutzgesetz nicht verletzt. Und das könnte noch kompliziert werden. Das könnte eine echte Herausforderung werden. Das könnte tatsächlich, ja. Datenschutz ist schon jetzt ein Thema, aber ab 24 wird es noch heftiger und das wird wirklich interessant. Mal schauen, wie das umgesetzt wird. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit. es bleibt spannend, ja, aber unbedingt, das Thema fällt mir sicher ein. Beobachten wir weiter. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja Möglichkeiten, dass es nicht nur über Ausweis läuft, sondern auch Kreditkarten und so weiter. Das geht ja auch. Von dem her. Aber ja, auch dort ist natürlich Vorsicht angesagt, wo eben, mit dem neuen Datenschutzgesetz könnte das problematisch werden. Aber ja, wir schauen mal. Ich bin dort nicht Expertin, vor allem nicht, weil es um E-Commerce geht, aber wir sind dort eigentlich immer relativ gut unterwegs, glaube ich. Von dem her werden wir sicher zeitnah eine Lösung finden. Ich denke so, ja, ich denke so. Aber spannende Diskussion und super, super wichtiges Thema. Also ja, ich war froh, dass wir eingeladen wurden an diesen Talk tatsächlich. Ja, danke nochmal für die Einladung und wir gehen glaube ich gleich weiter zum nächsten Thema. Yes, tell us more. Yes, let's go. Also, genau, während dem der Podcast findet on the stream auf Twitch, verlassen wir übrigens etwas, was ich jetzt gerade thematisieren und zwar nämlich das neue EA Sports FC 24. Das kann man bei uns im Stream gewinnen. Jetzt, wo ihr den Podcast hört, ist das leider vorbei. Aber ich kann nicht sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, weil es ist halt immer noch ein sehr solides Fussballgame. Warum sage ich das? Ganz einfach, weil ich auch jemand war, der die vergangenen Fifas alle gespielt hat. Das neue EA Sports FC 24 heisst nicht mehr FIFA, weil der Zusammenarbeit zwischen EA und FIFA nicht mehr stattfindet. Deshalb heisst es EA Sports FC, oder ich nenne es aber auch noch FC 24, weil das Ganze ist mir zu lang. Jetzt ist es so, Steffi. das EA Sports FC 24 hat bis jetzt noch nicht viel Kritik bekommen, was mich verwundert, es hat Kritik aber es hat nicht sehr scharfe Kritik, also nicht mega schlechte Kritik hat es noch nicht wirklich bekommen. Es ist wirklich ein sehr solides Game, es ist natürlich nichts Neues, man hat nicht das Rad neu erfunden, es spielt sich sehr ähnlich wie jedes FIFA vorher, aber man kann hier wirklich sagen, es spielt sich so wie die Fifas, die man gerne gespielt hat. Ich erinnere jetzt an FIFA 16, das ist ein von meinen Lieblings-Fifas gewesen, oder auch noch weiter vorher das FIFA 12 und für die ganz alten, die noch FIFA 99 gespielt haben, dort ist der Spass noch drin gewesen, FIFA 06 genau, war auch noch so ein Titel an dem man sich daran erinnert. Sehr, sehr lange bin ich schon in diesem Game unterwegs und ich muss sagen, ich bin auch jemand, der sonst gerne Fussball schaut, dass ich verfolge Super League sind, ich bin großer Young Boys Fan, ich schaue aber auch Bundesliga, für mich schaute immer ein Teil von meinem Leben. Ich bin da nicht fanatisch unterwegs, aber ich finde Fussball Gamen auch sehr cool. Das heisst, ich bin sehr lange im Ultimate-Team rumgegammelt und habe auch die Modi gespielt, Karriere etc. auf jeden Fall das neue FC 24 hat seine Macken, aber die Macken sind gleichwohl auch Vorteile, Stefan. Und zwar ja, das ist speziell, aber es ist realistischer, weil die Spieler und Spielerinnen und das ist ja die grosse Änderung, vor allem im FIFA Ultimate, super, ich werde es noch ein paar Mal falsch sagen, im FC Ultimate Team oder nur noch Ultimate Team ist es so, dass man Spielerinnen und Spieler zusammen spielen kann. Das heisst, du kannst jetzt Frauen und Männer mischen in deinem Ultimate Team. Das heisst, du hast jetzt zum Beispiel eine Frau, eine Goalie, die eine Frau ist und im Sturm auch eine Frau oder zwei und dann hast du Männer im Mittelfeld und wieder eine Frau in der Verteidigung. Das kannst du alles mischen jetzt im Ultimate Team, in dem Format, das du gegeneinander spielst. Das haben auch sehr viel schon gemacht. Das heisst, ich habe wirklich jetzt schon Spiele gesehen, wo die Leute tatsächlich eine Stürmerin haben, weil die halt besser ist als die meisten Männer von den Stats. Man muss sich dann fragen, ob das realistisch ist. Das ist dann die andere Frage. Ich denke weniger, aber ich mache jetzt hier keine Ausschweifungen dort, sei so wie sei. Es wird auch so gespielt. Spannend. Und es ist jetzt halt wirklich so, dass die Spieler schwerfälliger sind. Also die Spieler und Spielerinnen sind schwerfälliger unterwegs, das heisst, sie sind realistischer unterwegs. Dank dieser neuen High-Promotion V-Technologie ist das Ballverhalten halt realistisch. Das heisst, ein Ball verspringt auch mal irrational. Also wirklich so wie halt im echten Leben. Der verspringt mal ab dem Fuss oder der Pass kommt mal nicht ganz so gerade weit , wenn du willst. Und das ist halt etwas, was nerven kann. Genau, es ist halt etwas, was nerven kann, wenn du zum Beispiel vor dem Goal stehst und dann abziehen und drückst ihn vorbei. Aber einfach, weil das so ist, das kann passieren, er kann vom Fuss rutschen. Auf jeden Fall im Endeffekt ist es genau das, was viele kritisieren, dass es nicht mehr gewährleistet ist, dass man ein Goal machen kann, Timed Finish. Das musst du nicht verstehen, Steffi, das ist wie eine Funktion, die man kann, wenn man genau im grünen Bereich schiesst, dann gibt es 100% Goal. Und das funktioniert fast nicht mehr jetzt im Neuen. Ich finde das halt gut, aber ich finde, Fussball ist schon sehr viel Zufall, Fussball ist schon sehr viele Sachen, die einfach so passieren können, und genau das finde ich cool. Also ich finde das nicht schlecht. Ich freue mich tatsächlich darauf, das neue Game zu spielen, wenn das wirklich so ist, wie ich in den Rezensionen dargestellt werde. Was ich sicher kann sagen, für Einstiegern, also für Leute, die jetzt neu anfangen, FC 24 zu spielen, ist es natürlich nicht so cool. Weil das kann natürlich schnell frustrierend sein, oder? Die Bau kommen nicht an, wie muss ich jetzt das schiessen? Scheisse, jetzt verliere ich gegen den Ball, wie muss ich dann da reingehen? Man muss schon ein bisschen mehr grinden, man muss schon ein bisschen mehr dahinter sein und wollen, und Kämpfer geist, braucht man sicher jetzt, wenn man das spielen möchte. Also man kann nicht so hergehen und sagen, ja, Partie FIFA, das ist sicher lustig. Man muss es schon fühlen, habe ich das Gefühl. Also es ist sicher ein Game für die fanatischen Fussballfans, das ist es auf jeden Fall, das Neue. Was ich auch sagen kann, und was ich auch gut finde, das Ganze nimmt natürlich den Superstars, wie in einem Holland oder Mbappé, auch ein bisschen den Glanz, oder? Also die sind ja gut, aber auch die machen Fehler, das heisst, die sind nicht mehr so die Überlegenden Spieler jetzt, und wenn man die hat, gewinnt man einfach, sondern eben dort kann es passieren, dass man einen Ball verspringt, oder was auch immer. In jedem Fall, sieht cool aus, mein Fazit dazu ist, so viel wie ich jetzt von dem ganz, weiss ich, ob es noch nicht gespielt, leider noch nicht, habe noch keine Zeit gehabt, aber es kommt noch, ähm, es ist nicht, es ist nicht mega innovativ, was EA jetzt hier gemacht hat, also es ist nicht mega neu oder so, aber die Hypermotion V-Technologie sorgt für sehr interessante Impulse, und, ja, macht das Spiel spannender, dadurch, macht es, äh, zufallsbasierter, aber nicht grundlegend anders, das heisst, der reduziert nicht etwas komplett Neues, ähm, aber es ist eine gute Mischung aus, äh, back to the roots und Blick nach, äh, nach vorne, also so ein bisschen zurück zu den guten Spielen, oder, ähm, auch noch ein bisschen, äh, eben in die Zukunft schauen, wie es, wo es daher geht. Auf jeden Fall, für Gamer, die immer FIFA gespielt haben, Gamer und Gamerinnen, sicher etwas Gutes, für Leute, die wollen, bei AFA empfehle ich vielleicht ein, ein FIFA 24, äh, FIFA 23, sorry, ein FIFA 22 zum Starten, ähm, oder eben demmal das alte FIFA 16 oder so, äh, aber nicht das, wo jetzt rauskommt, da würde ich schon sagen, es ist eher für die Leute, die, ja, schon viele Fifas gespielt haben und sich so ein bisschen auskennen mit der ganzen Thematik, aber allgemein, glaube, positiv, immer für mich, wenn es positiv ist. Nice, hey, weißt du, was ich mir vorher noch gefragt habe? Hm? Ich glaube, das Einzige, was noch fehlt, also, das kommt jetzt von jemandem, der noch nie wirklich FIFA gespielt hat, ähm, gibt es Wetter? Also, regnet es so mal? Ja, ja, natürlich, natürlich, Ist das schon immer so gewesen oder ist das jetzt im Neuen so? Nein, das ist schon immer so gewesen. Also, es hat schon immer Wetter verändert, ich mag mich noch, ich mag mich noch, hat es Einfluss? Wo man auch im Schnee hat gespielt sogar. Jetzt Einfluss auf den Setz? Ja, natürlich hat es Einfluss. Okay, das ist aber nice. Natürlich, dreinrutschen geht viel länger, der Rutsch, der Rutschweg ist viel länger, wenn du gerätschen machst. Der Bremsweg, wie beim Auto. Genau, genau, genau. Und, ja, zum Beispiel, also es ist ja auch ein schweres Foul, wenn der dreinrutschig ist und es regnet, oder? Weil es gibt, ouch, ja, das ist weh. Es kann schon gleich zwei umhauen, nach dem paar dreinrutschen. Ja, und selber käme schon noch rein, ja. Okay, das habe ich nicht gewusst. Ich habe mir einfach die ganze Zeit so gedacht, hey, gibt es echt Wetterabhängigkeit? Und das ist schon noch nice. Aber, weil du weißt, was du erzählt hast, von den, ähm, von den Zufällen, also von den, eben, sobald man mal abrutschen kann, oder der Kick nicht so funktioniert, wie du gerne hättest. Ähm, von dem her, habe ich mir wirklich gedacht, hey, gibt es Wetterabhängigkeit? Das finde ich nämlich, das finde ich nämlich, immer geil in den Games, wenn es Wetterabhängigkeiten gibt. Manchmal nervt es so, aber es gehört halt dazu, zu diesem Ding. Also von dem her, ähm, ja. Jetzt tatsächlich, also kann ich auch nur, ähm, kann ich auch nur empfehlen, es mal zu probieren, mal bei Regen zu spielen. Und ich kann mich wirklich erinnern, ich weiss jetzt nicht, ob es im Neuen so ist, aber ich kann mich wirklich an FIFA erinnern, weil man im Schnee hat spielen können, ich bin fast sicher. Ich weiss nicht mehr, welches das war. Aber das war so lustig, weil das ist der Ball immer orange gewesen, was weiß ich, du siehst noch ja nicht. Ja, fair. Und äh, und du hast im Schnee spielen können und das ist noch viel härter gewesen, weil da ist es nochmal einfach mühsamer mit dem D-Rutschen, weil der Schnee geht sich um uns ein. Shit, okay, wow. Hey, nice, merci vielmals für das Aufklären vom neuen EA FC 24, wie man ja sagt. Ja, wie er gehört, Sport sagt man nicht mehr. Gut, ähm. Nein, ich glaube nicht. Gehen wir zum Crit. Und das ist ein Thema, das einem ein bisschen wehtut, wenn man es so hört. Ich lege los, ich bin gespannt. Wir sind uns ja Leaks mittlerweile schon ein bisschen gewandet. Es gibt, also, in letzter Zeit fragt man sich ja noch so, hey, die Leaks, die man in letzter Zeit gehört, ähm, ist das wirklich noch ein Leak oder ist es ein Marketing-Gag? Oder, also, ja. Aber dieser Leak ist definitiv kein Marketing-Gag. Das ist super, wirklich, es ist wirklich ein Riesenversehen. Und zwar hat Microsoft selber ganz aus Versehen natürlich eigene geheime Dokumente, E-Mails, Verträge und so weiter zu Xbox geleakt. Und zwar ist es während Dings gewesen, während dem Rechtsstreit zwischen FTC, also die US-Handelsaufsicht, und Microsoft, wo es eben darum ging, dass Microsoft ja Activision Blizzard aufkaufen will. ist ja vor Gericht und, äh, dann, also FTC, die Handelsaufsicht ist vor Gericht, hat die aber dann verloren. Das Problem ist aber, dass natürlich Microsoft dort hat Dokumente einreichen. Oder, also, das geht einfach so, in einem Rechtsfall musst du halt einfach Dokumente einreichen. Das Ding ist, ist, dass sie aber statt fünf Seiten PDF hunderte von Seiten geleakt haben. Das Ding ist, die Dokumente sind öffentlich auf der Webseite vom Gericht abrufbar. Und wenn du natürlich, ähm, statt dann beseiten fünf PDFs, die du eigentlich hättest müssen, ähm, ja, öffentlich einsichtlich machen, hunderte von Geschäftsgeheimnissen, das PDF reinpackst, gibt es natürlich irgendwelche Leute, die schlau genug sind, das dann zu kopieren, zu speichern, zu tweeten, zu liken, Artikel darüber zu schreiben und so weiter. Natürlich. Und das ist natürlich richtig, richtig dumm. Ähm, Dokumente sind tatsächlich halt auch nicht mehr die neuesten, also teilweise sind Dokumente aus dem Jahr 2020, also jetzt auch schon wieder drei Jahre her. Dort ist zum Beispiel darum gegangen, dass sich die Führungskräfte von Microsoft darüber unterhalten haben per Mail, ob sie Nintendo kaufen wollen. Also, sie haben dann wirklich gefragt, ja, Nintendo, das wäre halt ein persönlicher Traum und so. Also vor allem der Xbox-Chef, der Phil Spencer, der liebt ja Nintendo, der spielt ja mit seinen Kids an Nintendo, der postet ja auch öffentlich darüber. Darum wäre das für ihn natürlich auch einen kleinen, persönlichen Traum, wenn sie mit Nintendo da könnte gemeinsame Sachen machen oder eben noch mehr sie aufkaufen. Aber sie haben eben selber gesagt, ja, Nintendo steht auf so sicheren Beinen und sie ist so gut finanziell da, dass sie sich Nintendo nicht einfach so mal aufkaufen lassen. Er hat zwar viele Aktien von Nintendo, aber ja, also kannst du vergessen, dass Microsoft jemanden wie Nintendo schluckt. Never. Das wird nie passieren. Aber sie haben tatsächlich mehrere, glaube ich, Milliarden Dollar würden sie bezahlen für Nintendo. X Milliarden Dollar. Also eben, sie hat Aktivision für 69 Milliarden gekauft. Also da wird Nintendo noch deutlich mehr. Deutlich, deutlich mehr. Ja, Nintendo kauft etwa sie. Ja, da habe ich mir eben auch gedacht, also wenn jemand aufkommt, dass Nintendo sie schluckt. richtig ja voll. Ich meine, das wären 12 Fliegen mit einer Klappe. Nintendo und Activision Blizzard hätten sie dann. Und Bethesda haben sie ja auch noch. Microsoft hat ja viele Games, also Entwickler und Publisher schon geschluckt. Das wäre ja. Aber ja, es ist natürlich sehr, sehr unlucky. Vor allem, weil die Seiten natürlich auch nicht geschwärzt waren, weil niemand damit gerechnet hat, dass die Seiten natürlich da hochgeladen werden. Also, ja, hat man auch nicht irgendwie irgendwie... Also, wer macht das? Also, kannst du mir nicht erzählen, dass das wieder aus Versehen... Doch, es ist wirklich... Doch, so etwas passiert wirklich aus Versehen. Also, ich meine, es sind ja auch Strategiepläne zur neuen Xbox geliegt worden, also wirklich mit Bildern und allem und auch wieder neue Controller so ausgesehen, was sie neue Controller auch so können und machen und tun. Da hat es übrigens im 2024, also nächstes Jahr, rausgekommen. Über die neue Xbox-Konsole wird geredet, die 2028 so rausgekommen und eben auch welche wichtigen Games zum Beispiel in Game Pass so von ab Tag 1 erschienen. Erscheinen zum Beispiel Indiana Jones, Oblivion Remastered, Elder Scrolls Online Add-On, Starfield DLC, Doom, Year Zero und DLC, Elder Scrolls 6, Fallout 3 Remastered, Ghostwire Tokyo 2, Dishonored 3. Also es sind nicht nur einfach so Sachen geliegt worden, sondern auch einfach so, oh wow, es wird mal ein Fallout 3 Remastered oder ein Ghostwire Tokyo 2. Okay, cool, wir haben noch die Games geliegt, noch gerade zusätzlich. Also es ist, nein, so etwas ist wirklich brutal ungewollt. Und sie haben es mittlerweile, also der Chef, Phil Spencer, hat sich wirklich auch gemeldet, also zu Wort gemeldet, während natürlich Microsoft selber in diesem Moment nichts hat können sagen. Dort hat er halt wirklich gefunden, so, ja, eben, ich weiss, es kann auch enttäuschend sein, aber viele von den Dokumente sind halt schon ein paar Järelchen alt und die Pläne entwickeln sich halt über die Jahre. Also nicht mehr alles, was dort drinnen steht, stimmt. Aber ja, es ist natürlich schon... Also ist das so, sind die wirklich schon so alt? Ja, eben zum Teil von 2020. Ah, okay, Aber ich meine, wenn es von 2020 ist, eben zum Beispiel, wo sie überlegt haben, Microsoft, äh, Nintendo aufzukaufen. Ich meine, wann haben sie sich überlegt, Activision Blizzard aufzukaufen? Das ist schon ein paar Jahre jetzt schon her. Ja, aber weisst, auch dort, so Pläne, ja, die entwickeln sich weiter. Irgendwann sagst du halt mal so, okay, ja, Nintendo, never, keine Chance. Wird sich nicht aufkaufen. Ja, das stimmt. Ja, Aber ja, crazy shit, also das kann man glaube ich an dieser Stelle sagen. Auf jeden Fall, was mich auch noch gerade interessiert hat, Steffi, ähm, ist der Kauf von Blizzard, weisst du, das ist das offiziell bestätigt, bestätigt? Ist das, äh, nein. Ist das durch? Es ist bis Ende Oktober verlängert worden. Also Ende Oktober wissen wir, ob es jetzt definitiv passieren wird oder nicht. Okay. Das Ding ist aber, weiss ich jetzt, also ob jetzt sie es, ähm, wenn ich es recht im Kopf habe, es kann es sich, ich erzähle, als letztens, ich glaube, vor zwei oder drei Epizoden habe ich es einmal darüber erzählt gehabt, wieder so ein kleines Update. In der Zwischenzeit hat sich aber, glaube ich, nichts, aber dort ist es eben, glaube ich, dass es bis Ende Oktober, ähm, sich, ähm, dass es verlängert worden ist, bis Ende Oktober, aber es ist mir, glaube ich, auch wenn sie aus dem Vertrag zurücktreten, müssen sie, glaube ich, recht hoch in die Busse zahlen. Okay. Also, ich glaube, ich hätte 10 Millionen oder so, aber, also gut, im Vergleich zu 70 Milliarden ist es gar noch nichts, aber, weisst du, also von dem her, ja, aber, ja, also, sobald wir, natürlich, dort auch wieder Infos haben, werden wir die hier natürlich auch wieder mitteilen, also, das, das sehe ich als meine persönliche Aufgabe, euch dort abzudate zu halten. Ja, das ist, das wird, das bleibt auf jeden Fall spannend, ähm, das läuft ja wieder verspannend. Ja, krass, krass, was so geht in diesen, eben, das sind, das sind ganz andere Sphären, wenn du, wenn du dort schaust, wo die Leute eben wirklich viel Geld haben, das bewegst du dich um eine ganz andere Norde. Ich hoffe, wir machen schnell Nintendo, komm, komm, kaufen wir es. Ja, so wirklich, krass. Ja, gut, aber hey, in dem Fall, merci vielmals für den Einblick, Steffi. Ich habe noch einen kleinen, ganz, ganz kleinen Einblick, also einen kleinen Ausblick, oder einen kleinen Rückblick, oder einen kleinen, äh, Unfall, und zwar, äh, Unfall? Ja, äh, ist ein Unfall passiert, oder? Nämlich hat, äh, irgendjemand, das Datum für den ersten Trailer, für GTA 6, verraten, und, irgendjemand, ist der, Insider, Chris Marks, gesellt, äh, sorry, Entschuldigung, ich habe da etwas Lustiges geschrieben, der Chris Marks heisst er, aber ich wollte schreiben, er hat x-elt, via x, aha, das nennt man ja jetzt so, twittert, er x-elt ja jetzt, oh Gott, ja, mhm. Also, der, ähm, Chris Marks, mit zwei x übrigens, hat x-elt, über x. x-elt, gemacht, und zwar, dass er, äh, ja, GTA 6, er könnte bestätigen, dass, ähm, am 26. Oktober, das ist ja schon gleich, ein Trailer erscheinen wird, ähm, es ist natürlich, wird natürlich viel, äh, spekuliert, es kann natürlich auch sein, dass der, äh, 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 Chris Marks, ein wenig Geld hat bekommen, von Rockstar, hey, du mal so, als hättest das rausgefunden, oder was auch immer, so Zeug passiert, Leute lassen sich nicht verarschen, aber, auf jeden Fall haben wir einen Termin, 26. Oktober, viel halten es auch für möglich, weil, scheinbar, und das habe ich auch ein mega Argument gefunden, GTA 5, sein Ersttrailer, auch kurz nach, seinem 10. Jubiläum hat gehabt, und, äh, GTA 5 hat jetzt auch sein 10. Jubiläum, damals hat GTA 3 sein 10. Jubiläum gehabt, und dann ist der Trailer für GTA 5 rausgekommen, was für ein Argument, also, es könnte, stimmen, 26. Oktober bekommen wir, GTA 6 Trailer, für die, die sich freuen, viel Spass mit dem Trailer am 26., ich glaube es noch nicht ganz, aber, we will see, who knows, geht nicht mehr lang, nur noch 24 Tage, dann wissen wir es, und that's it, und, äh, somit schliessen ich ab, mit dem, Grit Grit, und wir würden jetzt, äh, einen kleinen Loot reingehen, yes, Loot, denn Loot tut gut, genau, und, und zwar, ähm, ich weiss nicht, wie es euch geht, aber, irgendwie, habe ich so das Gefühl, in letzter Zeit bin ich überschwemmt worden von Handhelds, also von Handheld-Konsolen, irgendwie, also, angefangen, also, ich meine, Switch gibt es ja jetzt wirklich schon lange, also, wir sind jetzt im siebten Jahr, sieb, sieb, sieben Jahre gibt es Switch, also im März, im März ist es genau sieben Jahre, und es hat sehr lange gedauert, bis eine ähnliche Konsole rausgekommen ist, und zwar von Valve, Steam Deck, und, die ist ja, die ist ja wirklich genial, also, was du da alles machen kannst, ist ja wirklich sehr, sehr cool, aber seitdem irgendwie, das ist, als wäre ein Damm gebrochen, und seitdem, auch mit einem Damm brauchst du nicht, ja, seitdem gibt es, also wirft praktisch, jeder zwei Hersteller ein Handheld, im Markt, also wirklich, wir haben, aber wir haben ein Steam Deck von Valve, das ja vor einem Jahr schon rausgekommen, und jetzt haben wir, Asus hat eins rausgebracht, Razer hat jetzt neu eins rausgebracht, das Handheld Edge Wi-Fi, tatsächlich, Leech & Go hat eins, der jetzt seit dem nächsten Jahr erscheint, dann haben wir Aya Neo, ich glaube, die fünf sind es, also fünf, insgesamt hat es fünf so Konsolen, also so Handheld, die vom Prinzip her alle identisch sind, also klar, jeder hat ein anderes Betriebssystem, andere Leistungen, bei jedem gibt es ein bisschen Vor- und Nachteile, ganz klar, aber schon heftig, jetzt haben wir fünf von diesen Konsolen, das ist crazy, also, ich meine, ich finde es gut, einerseits, das tut natürlich die Konkurrenz den Markt ein bisschen beleben, die Wirtschaft ein bisschen ankurbeln, das finde ich an sich gar nicht so schlecht, und dass man ein bisschen mehr Auswahl hat und nicht einfach ein Hersteller, das finde ich natürlich auch sehr gut, vor allem auch, weil es natürlich dann je nach Präferenz, je nach persönlicher Präferenz, aber kann man ein anderes Betriebssystem aussuchen, und das finde ich natürlich auch sehr, sehr gut, und wir haben jetzt vor, dass wir dort einen kleinen Vergleich machen, also es geht sicher noch eine Weile, bis es lesbar ist, aber wir werden einen kleinen Vergleich machen, und wir werden die fünf verschiedenen Geräte testen, und dann schauen, wer hat, also wer hat welchen Vorteil, welches Gerät ist vielleicht für welche Präferenz, und so weiter, aber eben, das sind fünf Geräte, die man zuerst mal testen, auflinieren und läbern, und dann natürlich, oder ja, den ganzen Text noch dazu muss, schreiben und Fotos und Zeugen und Sachen und filmen, und ja, machen wir aber, kommt irgendwann mal, ich kann nicht versprechen, ich hoffe, dieses Jahr langt es noch, aber ja, aber wir haben jetzt eben auch da, das neue Handheld Edge WiFi von Razer, neu, bei uns im Shop, also, das ist ja, wir haben es ja alle Leute, wir haben es ja alle, aber das ist ja das Neueste. Ja, und das ist, ich muss ja ganz ehrlich sagen, das sieht schon sexy aus. Ich finde das lustig, das ist mega cool. Aber ja. Es könnte jetzt tatsächlich etwas sein, was ich mir überlege, du hast noch nicht einmal einen Switch, also von dem her. Ja, das stimmt. Du musst mir ein bisschen Gas geben, oder du wartest auch sicher auf die Nachfolger-Switch, Macht Sinn. Vielleicht, je nachdem, wenn Nintendo untersteht, schlingen wir das ja auch so, ob da eine gibt. Ja, die Nintendo, die liken nichts, im Gegensatz zu Microsoft liken die nichts. Okay. Genau. Yes, und dann habe ich noch etwas zweites, wo ich euch als kleine, kleines Fangirl natürlich nicht fernenthalte, äh, fernenthalte, genau, wo ich euch nicht vorenthalten und zwar haben wir die neuen Amiibos von Zelda und zwar einiger Ganondorf und einiger Zelda selber. Also, den Link gibt es ja schon länger, der ist leider schon, ja, sehr lange auch wieder ausverkauft, der ist instant ausverkauft gewesen, aber jetzt, neu im Shop, am 3.11., aber ich würde es auch auf jeden Fall vorbestellen, weil die sind super, super schnell weg, falls ihr es auch möchtet, ähm, genau, die neuen Amiibos vom Ganondorf und von Zelda vom Spiel Tears of the Kingdom haben wir jetzt bei uns im Shop. Ich habe es auch natürlich schon vorbestellt. Nice. Sie sehen auch sehr schön aus, wirklich. Sie sind traumhaft. Also, ich muss wirklich auch sagen, das ist etwas, wo ich wirklich denke, hey, ja, es gibt ja viele so Figuren, ähm, die du einfach nur mal aufstellen kannst. Die Amiibos sind ja tatsächlich auch noch für In-Game-Items, also, die sind super praktisch, ähm, für das Spiel selber, aber sie sind so schön, also, wirklich, sie sind so schön gemacht, aber ich habe den Link, ähm, und es ist wirklich, ähm, top Quali, das muss man Nintendo lassen, die sind wirklich sehr, sehr schön. Ja. Also, ich finde es auch sehr, äh, äh, schrecklich kann ich auch sagen, ja. Ja, Ja gut. Gut. So viel zu gut. So wären wir, so wären wir eigentlich am Ende, würde ich sagen. Genau, beziehungsweise, ein kleiner Ausblick, und zwar am Freitag, äh, stream ausnahmsweise mal nicht ich, sondern der lieb Oli, und zwar streamt er 14.30, also halb drei am Nachmittag, streamt er das neue Assassin's Creed Mirage. Das erscheint am 4. Oktober, also am Donnerstag. Das ist so ein bisschen der Hauptgrund, warum er nicht am Mittwoch streamet. Ähm, nein, es ist nicht am 5. kommt es, genau, am 5. Oktober kommt es, das ist eben Donnerstag. Deswegen müssen Oli die coolen Games spielen. Gernit. Eben genau, und er streamt ja normalerweise am Mittwoch, das wäre am 4., also das ist der Tag vorher. Darum streamt er am Freitag, am 6. 14.30, also am halb drei, Assassin's Creed Mirage. Also schaut unbedingt vorbei. Ich habe gehört, es gibt ein oder ein oder ein anderes Game, um zu gewinnen. Ja. Ich möchte da sicher rein schauen. Also ich bin sicher dabei. Ich bin am Start. Oli, kannst du sicher sein, falls du mein Gehörst, ich bin dabei. Fieber mit, weil, das interessiert mich sehr. Das sieht sehr cool aus. Mega cool. Ja, ich kann leider nicht zuschauen, wo ihr hockt in der Schule. Sad. Ja, aber das ist auch gut. Das ist auch gut. Ja, ich tue mich weiterbilden. Weiterbildung ist auch keine Bildung. Absolut. Ein Bildung ist auch keine Bildung. Ja, aber ja, ein Bildung. Weiterbildung ist definitiv eine Bildung. Genau, aber ja, dann wäre es das gewesen von heute. Ich wünsche euch noch ganz, 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 einen schönen Rest. Dann sehen wir uns, bzw. dir seht, Troy am Freitag. Und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Yes, habt's gut. Schönen Zaman. Ciao, zusammen. Habt's sorg. Ciao.